Ja, hallo und ein herzliches Welcome, meine lieben Paragon-Fans da draußen. Ich bin's wie immer, euer Gunshot und ich gebe zu, den Spruch habe ich mir so ein bisschen bei Beneos geklaut. Es geht hier natürlich nicht um Paragon, jedenfalls nicht direkt, zumindest um einen Nachfolger. Und zwar wird es, glaube ich, jeder, der das verfolgt, schon mitbekommen haben, natürlich. Early Access von Predecessor startet am 1. Dezember, meine lieben Freunde. Und da uns diese ganzen Momente hier, wie der... Echt gefehlt haben, bin ich natürlich und ihr wahrscheinlich auch gespannt, wie es wird mit Predecessor. Was es so zu bieten hat, gerade in der Early Access-Phase. Und davon können wir uns natürlich jetzt am Donnerstag dann überzeugen. Wie ihr hört, bin ich natürlich noch ein wenig lädiert von der Nasen-OP und dem Zwischenfall, der dann noch passiert ist. Meine Freunde, einige werden es vielleicht verfolgt haben. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem versuchen, an dem Donnerstag, also am 1. Dezember, online zu gehen im Stream und Predecessor anzuzocken. Und dass wir gemeinsam schauen, wie spielt es sich, was steckt dahinter und haben wir vielleicht das nächste Paragon gefunden. Da wir noch nicht genau wissen, wann es jetzt am 1. Dezember zeitlich für uns losgeht, dass wir dementsprechend loslegen können mit Predecessor, würde ich erstmal bloß den 1. Dezember direkt so im Hinterkopf behalten und die Uhrzeit auf den Social-Media-Plattformen bei mir dann weiter verbreiten. Das heißt Twitter, Instagram und so weiter. Schaut einfach unten in der Beschreibung, da findet ihr die Links zu meinen Social-Media-Links, wie gesagt Twitter-Feed etc. pp. Und da werde ich auf jeden Fall natürlich die Uhrzeit, sobald ich da was rausfinde, einreichen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns da auf Twitch im Livestream sehen und zusammen schauen, was Predecessor so mit sich bringt, meine Freunde. Mit diesen Worten verabschiede ich mich erstmal voller Vorfreude, meine Freunde, und sage bis Donnerstag. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und ansonsten einen den wundervollsten aller Tage wünsche ich euch. Haut rein, guten Loot, bis dann, euer Gunshot. Prepare yourself. Prepare yourself.